Was ist die Vergabestelle in der Beschaffung? Dr. Martin Zobel wird eine Präsentation dazu vorführen. Ich habe mit beiden Referenten abgemacht, dass sie mit Fragen bereits während des Vortrags gerne Fragen stellen dürfen. Wir haben aber auch genügend Zeit, dass wir nach den beiden Vorträgen ihre Fragen aus dem Publikum entgegennehmen können. Ich beginne mit Dr. Martin Zobel. Er ist Rechtsanwalt bei Walder Wies in Zürich. Er ist hauptsächlich im Staats- und Verwaltungsrecht, im öffentlichen Verfahrensrecht und mit einem grossen Schwerpunkt im öffentlichen Beschaffungswesen tätig. Er berät und vertritt öffentliche Auftraggeber und auch Anbieter über alle Stadien von Vergabeverfahren und in Gerichtsprozessen. Martin, darf ich dich bitten? Vielen Dank, liebe Claudia, für die freundliche Einführung und natürlich die Moderation dieses Anlasses. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, Sie sind Teil einer kantonalen Steuerverwaltung. Sie wissen, Sie müssen Ihr IT-System demnächst erneuern. Jetzt brauchen Sie Beratung, IT-Beratung, weil Sie wissen, das wird eine grosse Geschichte. Vielleicht haben Sie entsprechendes Know-how bei sich in der Verwaltung. Vielleicht hat der Kanton eine Organisation, die solche Dienstleistungen anbietet. Nennen wir sie die zentrale IT-AG, also nicht eine Ihnen direkt unterstellte Stelle, Einheit, sondern eine vom Kanton, in welcher Form auch immer gehaltene Organisation. Oder, das wäre dann die dritte Möglichkeit, Sie sehen sich beim Bundum oder bei anderen Kantonen, vielleicht ist dort das erforderliche Know-how vorhanden. Nun werden Sie sich bestimmt fragen, Sie sehen diese drei Konstellationen hier übrigens abgebildet. Nun werden Sie sich fragen, muss ich jetzt in der einen oder anderen Konstellation ein Beschaffungsverfahren durchführen oder kann ich diese Leistungen einfach so beziehen, und zwar ausserhalb des Vergaberechts. Und unter welchen Voraussetzungen können Sie das tun? Und das sind genau die Themen, die unter dem Titel In-House-Vergaben abgehandelt werden. Das sind In-House-Privilegien. Sie heissen deshalb Privilegien, weil sie eben vom Vergaberecht privilegiert behandelt werden, in dem Sinne, dass Sie das Vergaberecht nicht beachten müssen. Sondern zwar nach allgemeinen, öffentlich-rechtlichen Regeln, aber eben nicht nach dem Vergaberecht einkaufen müssen. Soviel zum Einstieg. Ich möchte mit Ihnen kurz den Inhalt meines heutigen Referats durchgehen. Ich gebe Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die wesentlichen Merkmale und über die Entwicklung der In-House-Vergaben, der In-House-Privilegien. Anschliessend wollen wir die wichtigsten Typen besprechen von In-House-Vergaben, auch anhand von Fallbeispielen, die mir teilweise in der Praxis begegnet sind. Und am Ende versuche ich Ihnen ein paar Take-aways mitzugeben und Empfehlungen. Da wichtig zu verstehen ist zunächst, wie sich In-House-Vergaben gliedern. Ich glaube, es ist wichtig, sich diese drei Haupttypen vor Augen zu halten. Nämlich die In-House-Vergabe, das ist die klassische In-House-Vergabe, bei der Sie, in deren Rahmen Sie eben bei einer eigenen Dienststelle, die Ihnen direkt unterstellt ist, Leistungen beschaffen. Dann gibt es die quasi In-House-Vergabe, wo Sie eben zu der eingangs erwähnten zentralen IT AG gehen, die irgendwie von Ihnen und vielleicht von anderen öffentlichen Auftraggebern kontrolliert wird, aber eine andere Rechtspersönlichkeit hat, eine andere juristische Person ist. Und dann gibt es als dritten Typ die In-State-Vergabe. Da gehen Sie wirklich aus Ihrer Organisation heraus. Sie bleiben zwar innerhalb der staatlichen Sphäre, aber Sie hängen rechtlich und organisatorisch nicht mehr mit dieser Organisation, mit dieser Anbieterin zusammen. Das ist das, was Sie hier oben rechts abgebildet sehen. Sie bleiben also innerhalb der Staatssphäre, aber gehen aus Ihrer Organisationsstruktur hinaus. Der Grundgedanke, weshalb man sagt, dass solche Aufträge nicht vom Vergaberecht erfasst sind, das ist eigentlich der Make-or-Buy-Entscheid, getreu dem Titel unserer heutigen Beschaffungskonferenz. Man sagt, es muss eigentlich der Auftraggeberin überlassen bleiben, ob sie selbst eine Leistung erbringt, also eben In-House, oder ob sie diese einkauft auf dem Markt. Das hängt auch mit der Organisationsautonomie der öffentlichen Auftraggeber zusammen. Es kann quasi nicht die Idee des Vergaberechtes sein, dass einem Auftraggeber vorgeschrieben wird, wie er sich konkret zu organisieren hat, ob es allenfalls im Sinne der Effizienz ist, wenn er gewisse Aufgaben ausgliedert an eine Tochtergesellschaft oder eben an eine sonstige rechtlich, wenn auch nicht faktisch unabhängige Einheit. Die drei Typen von In-House-Vergaben lassen sich herunterbrechen auf diese beiden Merkmale, die dann auch eigentlich einen Einfluss auf die Voraussetzungen haben für die Zulässigkeit. Es geht immer um Leistungsbezüge, die irgendwie innerhalb der staatlichen Sphäre stattfinden, wo man also nicht rausgeht auf den privaten Markt, raus in den Wettbewerb. Und damit sind wir gleich beim zweiten Kriterium, es darf keine relevante Wettbewerbsberührung stattfinden, es darf der Wettbewerb nicht verfälscht werden. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind für eine In-House-Vergabe, Claudia hat es eingangs bereits kurz gesagt, dann bedeutet das, dass das Beschaffungsrecht, sei es das Bundesgesetz für das öffentliche Beschaffungswesen auf Bundesebene oder die IVÖB auf kantonaler Ebene, keine Anwendung findet. Sei auch nicht analog, auch nicht teilweise, sondern das ist quasi eine Weichenstellung, liegen die Voraussetzungen für eine In-House-Vergabe vor. Wenn ja, dann sind sie ausserhalb des Anwendungsbereichs des Beschaffungsrechts. Und deshalb sind diese In-House-Privilegien ja auch für Sie als öffentliche AuftraggeberInnen oder allenfalls auch als AnbieterInnen im Rahmen von In-House-Tatbeständen interessant. Nicht zu verwechseln sind In-House-Vergaben mit der Teilnahme, mit der Situation, wo öffentliche AuftragnehmerInnen oder AuftraggeberInnen teilnehmen an öffentlichen Ausschreibungen als AnbieterInnen. Diese Situation gibt es bekanntlich auch. Da findet ein normales Ausschreibungsverfahren statt. Und Sie haben öffentlich-rechtliche Organisationen oder andere staatliche Stellen, die mitmachen als Anbieter. Das ist keine Konstellation der In-House-Vergabe. Da gelten gewisse Regeln, die die Praxis entwickelt hat, ist aber wirklich zu trennen von der Situation von In-House-Vergaben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns zum besseren Verständnis auch der drei verschiedenen In-House-Typen und der diesbezüglichen Praxis vor Augen führen, wie sich diese In-House-Privilegien entwickelt haben. Wir müssen hier unterscheiden zwischen der schweizerischen Ebene und der europäischen Ebene und auf der Zeitdachse auch zwischen der Zeit vor der Beschaffungsrechtsrevision 2019 und seither. Im Wesentlichen haben Sie die Situation in der Schweiz, dass bis zur Beschaffungsrechtsrevision von 2019 keine gesetzliche Regelung dieser In-House-Privilegien gab. In der Vergabepraxis wurden die In-House-Privilegien zwar anerkannt und auch weitgehend verwendet. Es gab nur sehr wenige Gerichtsentscheide. Auf Kanten aller Ebene gibt es zwei, drei. Auf Bundesebene eigentlich gar keinen, der einen substanziellen Beitrag zur Diskussion geleistet hätte. Etwas anders ist die Situation in der Europäischen Union. Da haben Sie im Jahr 1999 den sogenannten TK-Entscheid. Mit dem TK-Entscheid hat der EuGH zum ersten Mal festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine quasi In-House-Vergabe stattfinden kann. Und auf dieser Grundlage hat er dann eine sehr reichhaltige Praxis aufgebaut, die unter anderem im Rahmen der Vergaberechtsnovelle von 2014 kodifiziert wurde. In der Schweiz, wie gesagt, sind wir dieser Entwicklung etwas hinterhergehängt. Wir haben erst 2019 mit der Beschaffungsrechtsrevision eine Kodifizierung der drei In-House-Tatbestände vorgenommen. Eine eher rudimentäre Kodifizierung, wie wir auch noch sehen werden im Verlauf des weiteren Referats. Viele Fragen bleiben da bislang ungeregelt. Es stellt sich daher die Frage, wie wir mit dieser Situation umgehen. In der Botschaft zum Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen heisst es zu Recht, wir würden die In-House-Tatbestände in der Schweiz autonom auslegen, also selbstständig. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass wir wie bis anhin sehr stark über die Grenzen blicken werden und dass das europäische Recht und die europäische Vergabepraxis einen starken Einfluss haben wird, auch auf die Entwicklung der schweizerischen In-House-Privilegien. Kommen wir nun etwas näher auf die drei Typen zu sprechen von In-House-Vergaben. Wir haben eben die In-House-Vergabe im engeren Sinne, dann die quasi In-House-Vergabe und die In-State-Vergabe. Ich habe Ihnen hier den Gesetzestext aus Artikel 12 eingeblendet. Sie haben die Parallelregelung auch in der IVÖB, in der Revidierten. Fokussieren Sie sich bitte nur auf den gelb markierten Teil. Da heisst es also, dass das Gesetz, das Beschaffungsgesetz, keine Anwendung findet auf die Beschaffung von Leistungen bei unselbstständigen Organisationseinheiten der Auftraggeberin. Unselbstständige Organisationseinheiten, das ist das Keyword hier. Was bedeutet das? Unselbstständigkeit heisst, dass die Leistungserbringerin, die Anbieterin rechtlich ein Teil der Auftraggeberin ist. Sie sehen das abgebildet in dieser kleinen Häuschengrafik. Da wird also alles In-House erbracht. Das ist ein klassischer Ausfluss, eine klassische Folge, eine logische Folge des Make-or-Buy-Entscheids, bei dem man eben sagt, das ist nicht Aufgabe des Vergaberechts, der Auftraggeberin vorzuschreiben, ob sie die Leistungen, die sie benötigt, extern beschafft oder ob sie sie selbst erbringt. Man muss auch sagen, dass diese Konstellation der In-House-Vergabe im engeren Sinn vergaberechtlich weitgehend unproblematisch ist. Das Bundesverwalt, das Gericht hat das schon relativ früh klar festgehalten, zurecht festgehalten und in der Praxis entstehen selten Probleme in diesem Zusammenhang. Ich wage sogar zu behaupten, sehr häufig ist sich eine Vergabestelle oder öffentliche Auftraggeberin gar nicht bewusst, dass sie jetzt soeben eine In-House-Vergabe gemacht hat, nämlich eben immer dann, wenn intern irgendwelche Leistungen bezogen werden. Nehmen Sie das Beispiel eines Bundesamtes XY, das IT-Dienstleistungen bei einem anderen Bundesamt, beispielsweise beim BIT, bezieht. Das ist eine klassische In-House-Vergabe, denn die Bundesverwaltung ist eine rechtliche Einheit. Das sind also nicht unterschiedliche Rechtseinheiten. Es handelt sich deshalb um eine In-House-Vergabe. Etwas schwieriger ist die Situation bei der quasi-In-House-Vergabe. Da stellen sich die meisten Fragen in der Praxis, meiner Erfahrung nach zumindest, und da liegt wirklich der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Die gesetzliche Regelung lautet wie folgt. Das Gesetz findet keine Anwendung auf die Beschaffung von Leistungen bei Anbieterinnen, über welche die Auftraggeberin eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über ihre eigenen Dienststellen entspricht und soweit diese Unternehmen ihre Leistungen im Wesentlichen für die Auftraggeberin erbringen. Also zwei Voraussetzungen können Sie sagen. Zum einen das Kontrollerfordernis geht darum, dass Sie über die Auftragnehmerin eine Kontrolle wie über ihre eigenen Dienststellen ausüben. Das ist eine Voraussetzung. Und dann gibt es das sogenannte Tätigkeitserfordernis, das eben besagt, dass diese Anbieterin, diese Leistungerbringerin, ihre Leistungen im Wesentlichen für die Auftraggeberin erbringen muss. Können Sie noch eine Frage? Gerne. Was heisst das jetzt, wenn ich den Auftrag einer Organisation übergebe, bei der wir 49% des Aktienkapitals besitzen, unter Stimmrechte? Ist das die Beherrschung? Darf ich Ihre Frage gleich im Verlauf der weiteren Ausführungen beantworten, weil wir kommen sinngemäß darauf zurück. Vielen Dank dafür. Ich möchte nur noch kurz erwähnen an dieser Stelle, dass mit dieser gesetzlichen Regelung, wie wir gesehen haben, die sogenannte TKAL-Praxis des EuGH, Sie haben vorher gesehen, 1999 gab es diesen TKAL-Entscheid, kodifiziert wurde. Also wichtig auseinanderzuhalten hier, das Kontrollerfordernis auf der einen Seite und dann das Tätigkeitserfordernis auf der anderen Seite, das besagt, dass die Leistungen im Wesentlichen für die Auftraggeberin erbracht werden müssen. Das sind unbestimmte Rechtsbegriffe, wie man im Rechtsjargon sagt. Das bedeutet, dass diese Rechtsbegriffe auslegungsbedürftig sind. Mangels konkretisierender Angaben im Gesetz oder in der Verordnung werden die Behörden und die Gerichte diese Begriffe auslegen müssen. Und jetzt kommen wir zu diesem ganzen Kontrollthema, das Sie vorhin auch angesprochen haben. Was bedeutet das nun? Kontrolle ausüben über eine Anbieterin. Im EU-Recht, in der klassischen Vergaberichtlinie, haben Sie doch eine relativ konkrete Umschreibung. Hier heisst es nämlich, dass Sie einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele und die wesentlichen Entscheidungen der Leistungserbringerin haben müssen. Grundsätzlich dürfen keine Private beteiligt sein, mit Ausnahme, jetzt sind immer von der EU gesprochen, von gewissen gesetzlichen Pflichtbeteiligungen. Weshalb nicht? Man will nicht, dass Privatbeteiligte irgendwie profitieren von vergaberechtsfrei erteilten öffentlichen Aufträgen. Das ist der Sinn dieses grundsätzlichen Verbots von privaten Kapitalbeteiligungen. Was möglich ist, gemäss der europäischen Regelung, ist eine mittelbare Kontrolle, das heisst eine Kontrolle durch eine andere Gesellschaft hindurch, solange Sie eben einen ausschlaggebenden Einfluss haben. In der Schweiz ist das alles nicht geregelt, was jetzt mit Kontrolle gemeint ist. Hier haben Sie diverse offene Fragen, die ich hier beispielhaft aufgelistet habe. Es stellt sich die Frage, gilt auch in der Schweiz, oder gilt in der Schweiz ein absolutes Verbot von Privatbeteiligungen? Das ist nicht ganz klar. Die Mehrheit würde wahrscheinlich sagen, ja. Wie ist es mit Organisationen, die nicht im rechtlichen Sinn kontrolliert werden können? Denken Sie beispielsweise an Stiftungen, das ist ein selbstständiges Vermögen. Da haben Sie keine Kontrolle, wie Sie es bei einer Kapitalgesellschaft beispielsweise haben. Sie können Einfluss nehmen über den Stiftungsrat usw. Und das wäre in der Praxis teilweise auch so bejaht, dass da eine Kontrolle möglich ist. Aber ganz klar ist es nicht. Wie ist es, wenn Sie die Kontrolle mit anderen Auftraggeberinnen gemeinsam ausüben über eine Anbieterin? Ist das möglich? Ist eine solche Konstellation der Inhausvergabe zulässig? Auch hier würde man grundsätzlich sagen, ja. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an. Und wie ist es beispielsweise, wenn Sie an ein Konzernverhältnis denken, eine Muttergesellschaft an eine Tochtergesellschaft einen Auftrag vergibt, sondern eine Tochtergesellschaft an eine Muttergesellschaft oder zwei Schwestergesellschaften, also im horizontalen Verhältnis, Leistungen austauschen? Und kurz zurück zu Ihrer Frage, wie ist es bei einer 49%-Beteiligung? Hier würde es sicher darauf ankommen, wie sich die 51%, die verbleibenden 51% zusammensitzen. Wenn die in privater Hand sind, dann dürfte ein Gericht eine solche Vergabe kaum schützen, wenn Sie diese Organisation zusammen mit anderen öffentlich-rechtlichen Auftraggeberinnen kontrollieren, dann wird es anders aussehen. Also auch die EU-Vergaberichtlinien gehen dahin, dass sie sagen, es ist möglich, ein solches gemeinsames Kontrollverhältnis auszuüben. Man nennt das dann auch Joint-Quasi-Inhouse-Vergabe, also gemeinsame Quasi-Inhouse-Vergabe. Dann können nämlich alle kontrollierenden Auftraggeberinnen bei der kontrollierten Anbieterinnen Leistungen beziehen, soweit alle irgendwie ein Mitspracherecht haben. Wie gesagt, in der Schweiz gibt es keine Praxis dazu besetzt. Ich kann und muss Sie eigentlich ermutigen, diese Dinge auszuprobieren, empfehle Ihnen aber auch, das rechtlich hinreichend abzusichern. Ein ganz uneigennütziger Rat. Ich habe Ihnen hier die verschiedenen Spezialfälle, die wir bereits kurz angesprochen haben, abgebildet. Ich möchte an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, stehe aber gerne auch später dann noch für Fragen zur Verfügung. Das sind einfach die verschiedenen Konstellationen, wie sie insbesondere in Konzerngesellschaften vorkommen können, also Leistungsbeziehungen da über alle Stufen hinweg und auf allen Ebenen. Soviel also zu der ersten Voraussetzung gemäss TECAL-Praxis zur quasi-Inhausvergabe. Es gibt ja noch dieses zweite Kriterium, das Tätigkeitserfordernis. Das besagt eben, dass die Anbieterin, wenn sie von einer quasi-Inhausvergabe profitieren will, im Wesentlichen für die Auftraggeberin oder die Auftraggeber, im Plural jetzt gemeint, tätig sein muss. In der EU heisst es diesbezüglich, dass eine solche wesentliche Tätigkeit gegeben ist, wenn zumindest 80% der Tätigkeiten der Auftraggeberin dienen. Das heisst, dass bis zu 20% Tritttätigkeiten sein können. Wir kommen noch darauf zu sprechen, was das genau ist. Vielleicht noch kurz zum Verständnis, weshalb überhaupt diese Vorschrift, dass im Wesentlichen für die Auftraggeber oder zumindest für öffentliche Auftraggeber Leistungen erbracht werden müssen. Das liegt auch hier daran, dass eine Wettbewerbsverfälschung verhindert werden soll. Sobald eine Anbieterin dominant oder mehrheitlich oder zu einem grossen Teil auf dem privaten Markt auftritt, dann besteht natürlich Gefahr, dass dieser Wettbewerbsteil, dieser Wettbewerbsbereich querfinanziert wird oder sonst irgendwie begünstigt wird durch die vergaberechtsfrei erhaltenen öffentlichen Aufträge. Und deshalb hat man in der EU gesagt, bei 20% Tritttätigkeiten, also Nichttätigkeiten für die öffentlichen Auftraggeber, ist Schluss. Wie misst man nun diese 80% oder 20%? Auch das ist in der Schweiz nicht geregelt. In der EU-Vergaberichtlinie heisst es, dass der Gesamtumsatz maßgebend ist über die vergangenen drei Jahre oder ein geeigneter, alternativer, tätigkeitsgestützter Wert, zum Beispiel die Kosten. In der Schweiz stellt sich die Frage, nun werden wir die Tätigkeitsschwelle analog zur EU-Hand haben, bei 80%. Es gibt, wie erwähnt, wenige bis keine Gerichtsentscheide zu dieser Frage. Ein Gericht hat vor vielen Jahren mal gesagt, ja, bei mehr als 50% Tätigkeit zugunsten öffentlicher Auftraggeber reiche das bereits. Diese Praxis dürfte sich nicht halten können. Ich habe die Vermutung, dass wir uns ebenfalls an dieser 80%-Schwelle orientieren werden. Als Vergabestelle oder Anbieterin sind Sie jedenfalls gut beraten, wenn Sie nicht mehr als 20% Tritttätigkeiten ausüben. Wie werden Tritttätigkeiten definiert? Was fällt alles darunter? Das scheint eine genauso grosse Frage zu sein und wir werden das dann gleich noch anhand von zwei, drei Beispielen anschauen. Und wie werden Tätigkeiten zugerechnet zu den Tritttätigkeiten, die bis zu 20% erlaubt sind oder eben zu dem anderen 80%-Anteil? Nehmen Sie hier das Beispiel einer Anbieterin A, die erbringt 75% ihrer Leistungen für die Auftraggeberin oder für ihre Auftraggeberinnen, im Falle von mehreren. 15% erbringt sie am Markt, wirklich im freien Wettbewerb, in Konkurrenz zu Privaten. Und dann geht sie vielleicht noch im Umfang von 10% einer Monopoltätigkeit nach, einer rechtlich monopolisierten Tätigkeit, in welchem Bereich auch immer. Wie ist das nun zu handhaben? Wie sind insbesondere diese 10%? Ich glaube, bei den 75% und bei den 15% ist es klar, welchem Umsatzanteil sie zuzurechnen sind, aber wie ist die Monopoltätigkeit zu handhaben? Hier gehen die Meinungen auseinander. Wahrscheinlich, und ich halte das für die richtige Ansicht, ist es so, dass Monopoltätigkeiten, soweit sie wirklich monopolisiert sind und insofern gar nicht im Wettbewerb stattfinden, dass die der staatlichen Sphäre zuzurechnen sind oder zumindest unschädlich sind und nicht den schädlichen, wenn man so sagen will, den quasi Inhouse-Vergabe schädlichen Drittätigkeiten zuzurechnen sind. Also abgestellt würde hier grundsätzlich nur auf die 15%, wo man dann eben sagen würde, die liegen unterhalb der Schwelle von 20% erlaubten Drittätigkeiten und insofern wäre diese Anbieterin a hier wahrscheinlich geeignet, um quasi Inhouse-Aufträge zu erhalten. Nehmen Sie ein weiteres Beispiel, gleiche Ausgangslage, 75% Tätigkeit gemessen am Umsatz für die Auftraggeberin, 15% am Markt, 10% öffentliche Aufträge. Sie können diesen Prozentsatz natürlich auch beliebig erhöhen. Wie ist es da? Hier würde ich sagen, kommt es darauf an. Hier kommt es darauf an, wie wurden diese öffentlichen Aufträge erhalten, wurden die im Rahmen von Ausscheibungsverfahren erhalten, sodass die entsprechende Anbieterin eben in Konkurrenz getreten ist zu anderen Marktteilnehmern. Dann ist es heikel, weil dann besteht eine gewisse Gefahr, dass diese Angebote, die im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen eingegeben wurden, irgendwie begünstigt wurden durch die vergaberechtsfrei erhaltenen öffentlichen Aufträge, also die 75% in diesem Beispiel hier. Sind es aber öffentliche Aufträge, die ebenfalls beispielsweise aufgrund eines quasi Inhouse oder eines In-State-Privilegs erhalten wurden, dann würde das dafür sprechen, dass sie unschädlich sind, dass sie in dem Sinne wettbewerbsneutral sind und dass sie nicht dem zulässigen 20% Wettbewerbsanteil zugerechnet werden. Also in dem Falle könnte die Anbieterin B geschützt auf das quasi Inhouse-Privileg Leistungen erbringen. Zusammenfassend entscheidend ist immer die Betrachtung im Einzelfall, das ist ganz wesentlich und Sie fahren sicher nie schlecht, wenn Sie sich da am Wettbewerbsgedanken orientieren und immer darauf abstellen, wird eine Tätigkeit im Wettbewerb erbracht oder eben nicht. Wenn sie im Wettbewerb erbracht wird, dann besteht auch eine grössere Gefahr, dass die eben profitiert von den vergaberechtsfrei bezogenen öffentlichen Aufträgen. Ich habe Ihnen hier kurz aufgeführt, was ich glaube, sind so die Wertungsgesichtspunkte, an denen sich Behörden und Gerichte orientieren werden. Es gilt sicher immer, einen Ausgleich zu finden zwischen der Verwaltungsökonomie und den Praktikabilitätsbedürfnissen auf der anderen Seite und natürlich den Wettbewerbsschutz auf der anderen Seite. Und die Rechtssicherheit darf da auch nicht zu kurz kommen, aber wo genau sich da die Praxis einordnen wird, das wird sich weisen müssen. Kommen wir zum letzten Typ, den In-State-Vergaben. In-State-Vergaben, die liegen dann vor, wenn eine Auftraggeberin bei anderen rechtlich selbstständigen Auftraggeberinnen, die ihrseits dem Beschaffungsrecht unterstellt sind, Leistungen beziehen, soweit diese Auftraggeberinnen diese Leistung nicht im Wettbewerb mit privaten Anbieterinnen erbringen. Sie haben also auch hier grundsätzlich zwei Merkmale jetzt von Gesetzes wegen. Sie haben eine öffentlich-rechtliche Auftraggeberin, die als Anbieterin auftritt. Deshalb heisst es hier, sie sei dem Beschaffungsrecht unterstellt und sie muss dem Beschaffungsrecht unterstellt sein. Das ist das eine Kriterium. Das andere Kriterium ist, dass diese Auftraggeberin eben die Leistungen wiederum nicht im Wettbewerb mit privaten Anbieterinnen erbringt. Im Unterschied zum soeben betrachteten quasi In-House-Privileg ist es hier so, dass die entsprechenden Leistungen wirklich gar nicht im Wettbewerb erbracht werden dürfen. Irrelevant ist, ob die öffentlich-rechtliche Auftraggeberin, die als Anbieterin auftritt, dem Kantonalen oder dem Bundesbeschaffungsrecht unterstellt ist. Ich glaube, das ist anerkannt. Was ebenfalls anerkannt ist, wenn auch nicht im Gesetzestext abgebildet, aber aus der Botschaft geht es klar hervor, und das dürfte doch der weit verbreiteten Meinung entsprechen, ist, dass keine Privatbeteiligung bestehen darf, und zwar überhaupt keine an der Leistungserbringung. Wir haben gesehen, beim quasi In-House-Privileg ist das nicht ganz so klar, zumindest in der Schweiz, aber ich glaube, hier bei der In-State-Vergabe ist das sehr klar. Nur am Rande möchte ich darauf hinweisen, dass das GPA, das WTO-Beschaffungsübereinkommen von 2012 grosszügiger ausgestaltet ist. Hier werden generell Leistungen die innerhalb einer oder zwischen verschiedenen rechtlich selbstständigen Beschaffungsstellen erbracht werden, ausgeklammert vom Geltungsbereich des Übereinkommens. Das bedeutet, sobald Sie irgendwie eine Leistungsbeziehung zwischen öffentlichen Auftraggebern haben, egal, egal, ob eine Privatbeteiligung besteht, egal, ob die irgendwie noch am Markt tätig sind, dann findet das GPA keine Anwendung, das heisst, Sie sind dann automatisch im Nichtstaatsvertragsbereich. Was nicht einen enorm grossen Unterschied macht, aber doch in gewissen Aspekten, denken Sie beispielsweise an den Rechtsschutz, denken Sie an gewisse Publikationserfordernisse und Fristen, einen Unterschied machen kann. Strenger dem gegenüber dann das EU-Recht, das diverse weitere Voraussetzungen vorsieht für die In-State-Vergabe. Also hier sind wir in der Schweiz doch eindeutig liberaler bislang. Wir haben gesehen, diejenigen Leistungen, die im Rahmen des In-State-Privilegs erbracht werden, die dürfen nicht im Wettbewerb erbracht werden. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass andere als die betroffenen Leistungen mindestens laut dem Gesetzestext im Wettbewerb erbracht werden dürfen. Das gefällt nicht allen. In der Lehre wird daran Kritik geäussert, in dem Sinne, dass teilweise ein generelles Verbot von Wettbewerbstätigkeiten gefordert wird oder auch ein Verbot von der Verfolgung kommerzieller Absichten, also von Gewinnstrebigkeit. Hat sich bis jetzt meiner Erfahrung nach nicht durchgesetzt so. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt entscheidend ist. Entscheidender muss meiner Meinung nach sein, ob ein konkretes Geschäft, eine eben In-State-Vergabe wettbewerbsschädlich sein kann. Das heisst, man muss auch hier den Einzelfall anschauen. Hier geht es voran, dass das betroffene Geschäft nicht irgendwie die wettbewerblichen Tätigkeiten, soweit dann solche überhaupt wahrgenommen werden von der Anbieterin, beeinflussen oder begünstigen. Das kann sein, eine Querfinanzierung, das kann sein, ein Know-how-Fluss aus dem staatlichen Bereich, sage ich jetzt mal, in den Wettbewerbsbereich, die Übernahme von Kundenkontakten etc. Das sind alles solche Themen, die man auf dem Radar haben muss und da würde ich Ihnen auch empfehlen, entsprechende Kontrollen und vertragliche Mechanismen vorzusehen, die solche ungewünschten Wettbewerbseffekte möglichst verhindern. Lassen Sie uns die In-State-Vergabe mit zwei Fallbeispielen abschliessen. Das eine wäre, eine öffentliche Auftraggeberin, die gewisse IT-Dienstleistung, denken Sie an unsere eingangs erwähnte Zentral-IT AG, ausschliesslich gegenüber anderen öffentlichen Auftraggeberinnen erbringt. Gewisse weitere Dienstleistungen dann aber auch gegenüber privaten und natürlich gegen Entgelt und insofern auch im Wettbewerb. Hier wird man genau anschauen müssen, wie nah sind diese Leistungen beieinander. Besteht hier ein besonders näher Verhältnis und insofern eine Gefahr der Querfinanzierung und entsprechend hängt es hier nicht zuletzt ein bisschen von der Risiko- Aversion oder der Risikofreudigkeit der Auftraggeber ab, ob man so etwas unter dem Titel In-State-Privileg machen will oder nicht. Ein anderes Beispiel, eine Service-Gesellschaft, wie sie gerade bei Sektor, bei grossorganisierten Sektor-Auftraggebern häufig vorkommt. Denken Sie da an die grossen Konzerngesellschaften im Energiebereich oder im Eisenbahnbereich, eine solche Service-Gesellschaft hier bringt IT-Dienstleistungen jetzt nicht nur gegenüber der sie kontrollierenden Auftraggeberin, sondern auch gegenüber anderen Sektoren Auftrag geben. Wie ist es hier? Grundsätzlich, solange das alles im Rahmen der Sektortätigkeit und zugunsten der Sektortätigkeit erbracht wird, ja dem Wettbewerb weitgehend entzogen ist, kann man sagen, das ist okay. Ganz grob gesprochen, sobald es in den nicht- sobald es in den wettbewerblichen Bereich reingeht, also die Tätigkeit außerhalb der Sektorentätigkeit, wird es natürlich heikel, da müssen Ihre Alarmglocken läuten. Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Ich kann zwischen Kanton Bern in meiner Beratungspraxis zu In-State-Fragen haben, habe ich häufig die Situation, dass sich die Frage stellt, auf welcher organisatorischen Ebene diese Frage der wettbewerbliche Neutralität zu klären, wie es beispielsweise in der Kanton die Universität beauftragen will, geht es da um die wettbewerbliche Neutralität des Instituts, des Departements oder der gesamten Universität. Ich habe jeweils die Meinung vertreten, dass eben das Rechtsteiger einzusetzen ist, das der Rechtskörperschaft, im Fall der Universität, die Universität als Ganze. Wie schätzen Sie das ein? Das liegt uns sehr nahe als Juristen, nicht auf den Rechtsträger abzustellen, auf die juristische Person, was die Universität ist, als öffentlich-rechtliche Anstalt, was natürlich dazu führt, dass dann in sehr vielen Fällen diese Organisation nicht geeignet ist für eine In-State-Vergabe, denn sehr häufig treten Universitäten oder irgendwelche Institute von Universitäten auch im privaten Rahmen auf, sowieso im Rahmen von Gutachtertätigkeiten oder sonstige Dienstleistungen. Ich würde hier eher einen etwas liberaleren auf den Schlusszeichen Ansatz vertreten und sagen, man muss wirklich auch hier schauen, kann sich das betroffene Geschäft auswirken, also schädlich auswirken auf solche Wettbewerbstätigkeiten, wenn diese Beratungsgutachtertätigkeiten wie auch immer irgendwo ganz anders in einer anderen Ecke stattfinden und eine saubere buchhalterische Trennung beispielsweise vorgenommen wird zwischen diesen Einheiten. Es gibt eine Kasse für die öffentlichen Aufträge und eine für die Wettbewerbstätigkeiten, sage ich jetzt mal als theoretisches Beispiel. Dann hätte ich jetzt weniger Hemmungen als dann, wenn alles vermischt wird. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiss nicht, ob es wirklich auf den Rechtsträger ankommt am Schluss oder nicht auf die konkrete faktische Situation und ob da eben geeignete Schranken gezogen werden zwischen den verschiedenen Tätigkeiten. Aber es ist sicher immer so, je näher etwas quasi an der Anbieterin selbst, dem Institut dran ist und auch je mehr Wettbewerbstätigkeiten die Uni als Ganzes vornimmt, umso grösser ist die Gefahr von Wettbewerbsverfälschungen. Ich möchte Ihnen noch folgende paar Keypoints mitgeben. Die Beschaffungsrechtsrevision, die hat Rechtssicherheit gebracht, was die Zulässigkeit und die Grundvoraussetzungen der Inhouse-Vergaben angeht. Wir wissen nun, das geht grundsätzlich, die wissen aber vieles nach wie vor nicht und hier wird die Praxisklärung bringen müssen, insbesondere was sind die heute eher ausführlich diskutierten Dritttätigkeiten von quasi Inhouse-Anbieterinnen, wie umfangreich dürfen die sein und wie sind solche Tätigkeiten zuzuordnen. Auch eben Fragen im Zusammenhang mit Kontrollverhältnissen und so, das bedarf immer einer genauen Betrachtung. Ich gehe davon aus, dass das EU-Recht weiterhin eine starke Relevanz haben wird, auch für die schweizerische Praxis, obwohl wir den Anspruch haben und haben sollten, dass wir das Schweizer Recht autonom anwenden und interpretieren. Es braucht immer einen Ausgleich zwischen Praktikabilitätsbedürfnissen auf der einen Seite, ökonomischen Gesichtspunkten, auch aus Sicht der Verwaltung und dann dem Wettbewerbsschutz. Die Einzelfälle müssen immer im Rahmen der konkreten Umstände betrachtet werden. Ich weiss, das hören viele nicht gern, aber ist trotzdem so bei diesem Grauzonen-Thema. Wenn Sie in der Rolle von öffentlichen Auftraggebern sind, kann ich Ihnen nur empfehlen, gerade wenn es Richtung quasi Inhouse- oder Insta-Vergaben geht, klären Sie die Situation genau ab und sehen Sie entsprechende, insbesondere vertragliche Mechanismen vor, um unerwünschten Wettbewerbseffekten zu begegnen. Zugleich, wenn Sie vielleicht eine Anbieterin sind im Rahmen einer dieser Privilegien, versuchen Sie, die staatliche Sphäre abzutrennen, also die Sphäre der öffentlichen Aufträge abzutrennen, soweit es geht, von einem allfälligen Wettbewerbsbereich. Das war's von meiner Seite. Ihre Köpfe rauchen bestimmt, Sie sind auf hohem Niveau verwirrt und falls noch Zeit bleibt, stehe ich gerne jetzt oder später für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Applaus Ja, sind Fragen da? Ja, bitte. Herr Präsident, der Produktstern, Ex- und Beschaffungsexperte, heisst es jetzt im Bereich Insta-Vergabe, können Sie ein paar Kantone zusammen schliessen und sagen, wenn alle den gleichen gesetzlichen Auftrag, zum Beispiel Bildung, zum Beispiel Gesundheit, Rettungskanzöre, ein Kanton hat genügend Leute in der Beschaffung, beschafft diese zehn Stück für sich selbst, mit Optionen auf 20, die 20 Optionen können die anderen kleineren Kantone, die sind auch anscheinend, können die dann bei einem anderen Kanton beziehen. Wäre das ein Insta-Vergabe? Das ist eine Mischung aus einer Insta-Vergabe und einer gemeinsamen öffentlichen Beschaffung, nicht wahr? Die Beschaffung führt aber nur ein Kanton durch. Die Frage ist, bleibt dieser Kanton auch der Vertragspartner dann der Anbieterinnen oder, ich frage das nur deshalb, weil meiner Meinung nach zu Recht die Forderung besteht in solchen Fällen einer gemeinsamen öffentlichen Beschaffung, dass transparent gemacht wird, wer denn die Auftraggeber sind am Schluss. Was schwierig ist, ist, wenn Sie als Anbieterin jetzt zunächst glauben, okay, ich habe einfach eine Vertragspartnerin, eine öffentliche Auftraggeberin, am Ende haben Sie zehn Kontakte auf der anderen Seite, mit denen Sie Verträge verhandeln müssen und so weiter. Wenn das alles über die federführende Beschaffungsstelle läuft, dann brauchen Sie, meiner Meinung nach, die Zweitabnehmer, sage ich jetzt mal, nicht von vorne hinein transparent zu machen und dann würden dann effektiv das Verhältnis zwischen der Hauptbeschaffungsstelle und den weiteren Abnehmern, wäre dann wahrscheinlich ein In-State-Verhältnis, ja, das grundsätzlich möglich wäre, wenn eben diese Voraussetzungen hier gegeben sind, was prima der Fall wäre in Ihrem Beispiel, ja. Ja, ist lieb, danke. Weitere Fragen? Ich hätte sonst eine Frage. Du hast es am Anfang erwähnt, wir haben eigentlich relativ wenig Gerichtspraxis in der Schweiz, gerade zum Thema quasi In-House-Beschaffungen. In der Praxis heisst das aber nicht, dass das Thema nicht wirklich aktuell ist und auch oft diskutiert wird oder Anbieter vorhanden sind, die solche Auftragnehmer oder die quasi irgendwie von einer privilegierten Situation profitieren, gleichzeitig im Wettbewerb auftreten, dass es nicht Anbieter gibt, die sich daran stossen oder die das hinterfragen wollen. Wie soll ein solcher Anbieter vorgehen, wenn er seiner Meinung nach etwas wahrnimmt, was in eine Richtung, sage ich mal, unzulässige quasi In-House-Vergabe oder auch In-State-Vergabe geht? Ja, danke für die Frage. Eine tatsächlich nicht ganz einfache Situation, die sich aber so in der Praxis stellen kann. Häufig erfahren Sie es ja zu spät, nicht wahr, als private Anbieterin, dass da irgendwie ein Auftrag eben an eine halbstaatliche oder quasi In-House-Anbieterin erbracht wurde und dann, wenn der Vertrag bereits geschlossen wurde, da bleibt Ihnen faktisch nur noch im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens jetzt der Sekundärrechtsschutz, also die Feststellung der Widerrechtlichkeit dieser Vergabe. Allenfalls, das hängt dann vom zuständigen Verwaltungsgericht ab, wird die Auftraggeberin noch aufgefordert, das Vertragsverhältnis zu kündigen und ein ordentliches Ausscheibungsverfahren durchzuführen, wenn dann sich herausstellen sollte, dass die In-House- oder quasi In-House-Vergabe tatsächlich unzulässig war. Wenn Sie rechtzeitig davon erfahren, dass da irgendwas im Tun ist, können Sie natürlich mittels gewöhnliche Submissionsbeschwerde ans zuständige Verwaltungsgericht gelangen, eine superprovisorische Verfügung erwirken und dann eine provisorische Verfügung, in der der entsprechenden Auftraggeberin einstweilen untersagt wird, diesen Zuschlag zu erteilen oder den Zuschlagsentscheid zu fällen, auch wenn der vielleicht gar nicht in einem oder häufig nicht in einem formalisierten Verfahren ergeht und dann auch keine Vertrags-, es heisst jeweils jegliche Vorkehren zu unterlassen, die der Vertragserfüllung dienen oder so irgendetwas. Das können Sie da erwirken, aber eben es bedingt, dass Sie rechtzeitig davon erfahren. Natürlich gibt es neben der verwaltungsgerichtlichen Ebene immer auch die aufsichtsrechtliche Komponente, also in einem krassen Fall wäre es natürlich auch denkbar, dass man sich an die Aufsichtsbehörde wendet und dass man das auf diesem Weg zur Diskussion bringt. Ganz konkret, würdest du als Anwalt deiner solchen Anbieterin jetzt da diese Vergabestände, diese Auftraggeberin anschreiben und sagen, wir haben festgestellt, dass das geht aus unserer Sicht nicht, wir fordern eine offene Ausschreibung. Bitte machen, wenn nicht einverstanden, dann eine rechtsmittelfähige Verfügung. Würdest du so vorgehen? Kann sich natürlich anbieten, das so zu machen, wenn es noch nicht zu spät ist und wenn man nicht damit riskiert, dass zu viel Zeit vergeht und man allenfalls nicht sogar das Gegenteil bewegt, nämlich dass schnell, schnell dann dieser Vertrag geschlossen wird, kann sich das absolut anbieten. Zumindest kann man dann den guten Glauben zerstören, was dann in einem Gerichtsverfahren helfen wird, den guten Glauben auf Seiten der Auftraggeberin nicht wahr. Das sind weitere Fragen aus dem Publikum. Ich hätte sonst eine kurze letzte Frage. Kannst du bitte die letzte Folie mit dem T-Po-Ways noch einmal zeigen? Okay. Der letzte Punkt, diese Abgrenzung, staatsfaire Wettbewerbsbereich. Hilft das quasi absolut, wenn man sagt, wir trennen jetzt einfach diese Bereiche oder spielt da nicht die Grenze von 80-20 wieder hinein? Wahrscheinlich, also wir wissen tun es wir ja effektiv nicht oder noch nicht. Ich würde mal darauf setzen, dass das nicht absolut hilft, sondern dass immer die 80-20-Prozent-Grenze gilt. Ich glaube, zumindest in der EU ist das ziemlich klar. Aber wenn man ganz wagemutig ist, könnte man das natürlich versuchen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Insofern darf man das nicht irgendwie miteinander vermischen. Meine Vermutung ist aber, dass das nicht gerechtsfest ist. Diese Trennung, die dient wirklich dazu, dass Restrisiko, das auch in Bezug auf die bis zu 20 Prozent Dritttätigkeiten im Fall von quasi-Inhaus-Vergaben besteht, um diese zu eliminieren. Und es dient dazu, bei In-State-Vergaben die Leistungen, die im Rahmen von öffentlichen Aufträgen gezogen werden, klar zu trennen von anderen Leistungen, die gemäss Gesetzeswortlaut im Wettbewerb erbracht werden dürfen. Gut. Vielen Dank. Wenn keine weiteren Fragen vorhanden sind. Ja, da, bitte. Eine Frage noch. Die Situation, wenn eine Anbieterin im Bundesgesetz, namentlich erwähnt wird, also ein Gesetz in einem gewissen Bereich, inwieweit gelten diese Einschränkungen weiterhin, oder inwieweit wird dort quasi eine Situation geschaffen, wo das nicht mehr beurteilt werden muss? Ich weiss nicht genau, welches Beispiel Sie im Kopf haben, aber das erinnert mich sehr stark an eine monopolisierte Tätigkeit. Nicht wahr, wenn eine Anbieterin vorgesehen ist und verpflichtend auch vorgesehen ist, dann haben Sie ja eigentlich gar keinen Wettbewerb. Sprechen Sie jetzt von einer Situation, in der neben dieser Anbieterin auch noch andere private Anbieter grundsätzlich Leistungen erbringen dürfen? Nein, dort ist wirklich für diese Dienstleistungen, dort ist wirklich die Anbieterin vorgesehen. Die Anbieterin kann aber im weiteren Bereich andere ähnliche Dienstleistungen im offenen Markt erbringen. Ja, dann haben Sie wirklich die Situation, in der die Anbieterin eben im Rahmen der staatlichen Sphäre, nämlich im Rahmen einer monopolisierten Tätigkeit, rechtlich monopolisierten Tätigkeit tätig ist und gleichzeitig in anderen Bereichen und dort gilt es dann eben umso mehr, diese Trennung möglichst tauber vorzunehmen und genau hinzuschauen, wenn es um In-State oder quasi In-Haus-Aufträgen geht. Gut, dann vielen Dank Martin Zogel.